Musik So, nach der Aktion mit dem Wasser geht's hier weiter Ähm Ich muss ja hier irgendwie rumklettern Wow, Lara Danke für deine grandiose Leistung, nicht weiterzuspringen Obwohl ich Leertaste gedrückt hab So Zack Und da ran Jetzt hab ich fast das Wasser wieder da, wo es war Also Ach, sogar noch höher Ja Was auch immer das für ein Mechanismus ist, dass hier auf immer Wasser hoch und runter geht Naja, ergibt total Sinn Ich liebe sowas Ah gut, sehen, ein Videospiel suchen ist eh die dümmste Aktionärfer, außer man möchte ein Simulationsspiel und selbst dann ist das inzwischen ja auch nicht mehr Wirklich Simulation, sondern Ha, guck mal, wie lustig Oh Gott Was war das denn? Was hat mich denn da getroffen? Es sah aus, als wäre sie einfach nur zusammengebrochen Holy Shit Ich glaube, ich hab den Moment gefunden, wo ich Medipax brauche Ah So, jetzt haben wir nur noch ein Pferdchen So kann man das natürlich auch machen Man läuft einfach den Gang wieder zurück Weil der einfach vom Bewegungsraum nicht so eng ist Wie zwischen den Säulen Und sie nur von einer Richtung kommen können Also ich seh nicht den Sinn da drin von dem Kletterhack Da ist ein Skionteil Anscheinend Bin ich echt schon so weit? Jetzt muss ich erst mal die Säule finden Wo ich hochklettern kann Da So Hier nach oben Noch weiter nach oben So Und jetzt? Boah Nee Hä? Was ist denn der Sinn? Wenn ich da einfach nur Schaden nehme Hm Achso, Moment Das habe ich nicht gesehen Boah, hier einmal fehlen und Hat nur Müll gemacht Ich mag ja Kletterhaken so sehr Besonders wenn ich rückwärts abspringen muss Obwohl das natürlich deutlich besser als erwartet endete Nee Das sieht falsch aus Halt dich fest Danke Warum? Geht doch So Hätten wir schon mal Seite 1 Nein 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 Halt dich fest Lara Jetzt ist die Frage Wie Komme ich zur anderen Seite Irgendwo muss ich Anders springen Dann über die Mitte Die Frage ist nur Wo ist dieser Punkt? Zack Ich könnte mir gut vorstellen Dass es Nein Hier ist So Ja Frames geht mir nicht auf den Sack Und Zack So Hier rüber Da hoch Oh Das war aber knapp So Das war Aber ich bin es, der dich in deinen Träumen verfolgen muss. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die Götter wollen Taten sehen, keine Konzilien. Aber es ist ein Konzil, das heute über dich richtet. Ihr richtet über gar nichts. Atlantis ist zerstört. Daran ist nichts mehr zu ändern. Alles muss brennen. Erst dann kann das siebte Zeitalter beginnen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Ich wende mich ab von dir. Für deinen Verrat. Dafür, dass du das Wissen des Zion missbraucht hast, um unsere Armeen gegen uns zu führen, verstoße ich dich für alle Zeit aus dem Heiligen Orden der Drei und verbanne dich in den immer kalten Nimbus der Ewigkeit. Es ist zu spät. Das Räderwerk von Katar ist schon in Bewegung. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Und der Sion birgt seine Geschichte? Er birgt weit mehr als das. Das gesammelte Wissen der Ahnen. Dinge, die euch allen unbedreiflich wären. Was ist das siebte Zeitalter? Wie weit würden Sie gehen, um das herauszufinden, Lara? Nicht weit genug, fürchte ich. Schnell, töte sie. Wir haben viel zu tun. Mit dem größten Vergnügen. Du kannst zusehen, wie ich sie absteche. Aber wir sind ja eh normal wieder. Ja. Ein Level abgeschlossen. Yay. Ja, möchte ich. Yay, dafür wurde geladen. So. Natlas Minen. Ach, das wird ja so eingeblendet. Stimmt. So. Ähm. Ach, ich hab da keine Waffen. Stimmt. Äh. Äh. Das ist natürlich leicht doof. Hm. Kann ich irgendwas machen? Ich seh grad keinen Sinn. Hm. 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 irgendwie die Kisten hochklemmen oder was. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Nö. Äh. Joa. Wie ist denn das gewesen? Da ist ein Seil. Hm. Ist im Wasserfall was? Ja. Natürlich. Und. Zack. Natürlich macht man genau so Sachen dahin, dass man dann klettern kann. Und. Daran. Zack. Sprung. Festhalten. Was habe ich jetzt davon? Ah ja gut, ich bin weiter. Aber an der Stelle geht es beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Nicht mehr im Kind, ja Jones.